Für diejenigen, die ihre Arbeit in Hektar messen, nicht in Stunden. Wir danken euch. Seitdem sich die Menschheit begann niederzulassen, haben landwirtschaftliche Maschinen den Grundstein für Innovationen gelegt. Mit dem Wachstum der Menschheit auf über 7 Milliarden Menschen ist die Industrie ständig auf Innovationen angewiesen, damit sie die Welt durch eine nachhaltige Nutzung modernster Technologien und Geräte mit Nahrung versorgen kann, die den Leistungserwartungen ihrer Kunden in der Landwirtschaft in höchstem Maße entsprechen. Neue Technologien wie Sprühgeräte, Heu- und Futtermaschinen, Traktoren und Erntehelfer sowie Maschinen zur Bewässerung der Felder und Verarbeitung der Ernte ersetzen traditionelle Methoden der Landwirtschaft. Moderne Landmaschinen, einschließlich Bewässerungs- und Ernteverarbeitungsanlagen, werden bereits in mehreren Prozessen eingesetzt, um die Gesamterträge und Qualität der Ernte zu steigern. Die Landwirtschaft basiert auf dem Grundprinzip, man erntet, was man sät. DesignTech Systems GmbH ist fest entschlossen, seine Konstruktionsexpertise zu säen, um ihnen dabei zu helfen, technische Höchstleistungen zu ernten. Mit über 21 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Spezialprodukten hat DesignTech eng mit Traktoren und anderen Landmaschinenherstellern zusammengearbeitet, um sie bei der Erreichung ihrer Produktions-, Gestaltungs- und Leistungsziele zu unterstützen. Seit unserer Gründung im Jahr 1998 haben wir von DesignTech die Agrartechnik als unseren primären Schwerpunkt erkannt und sind seither Innovationspartner in prominenten Unternehmen. Mit über 600 Mitarbeitern und jahrelanger exklusiver Berufserfahrung aus der Zusammenarbeit mit zahlreichen Agrar- und Landmaschinenherstellern auf der ganzen Welt, werden die fortschrittlichen, forschungsbasierten Ansätze von DesignTech in der Landwirtschaft den Landwirten helfen, eine höhere Ernteproduktivität zu erzielen. DesignTechs Kernexpertise erstreckt sich auf folgende Bereiche. Die ganzheitliche Konstruktion und Entwicklung der Geräte, ihre Teilsysteme und von funktionellem Zubehör. Ergonomie und Fahrkomfort. Fahrzeugintegration und Homologation. Karosseriebau und Konstruktion. Getriebetechnik, Motoraggregat und Elektrik. Entwurfsvalidierung und Fehlerdiagnosen unter Einsatz der Finite-Elemente-Methode. Value Engineering, VE, Studien. Gewichtsreduktion und Performance-Steigerung. Digital Mockup, DMU, Studien. Kosten- und Funktionalitätsbenchmarking. Nachkonstruktion. Ein von Hause aus technisches Unternehmen, das den Maschinenbau von Grund auf versteht und wertvolle Unterstützung bei der Konstruktion sowie branchenspezifische Einsichten bieten kann, wäre ein idealer Produktdesign und Ingenieurpartner für die Unternehmen, die sich mit der Herstellung von landwirtschaftlichen Geräten und Komponenten beschäftigen. Unsere strikte Einhaltung von Normen zur Wahrung der Vertraulichkeit von Konstruktionsdaten, internationalen Standards und Designrichtlinien sowie eine einzigartig gestaltete Verpflichtungserklärung machen uns zu einem idealen Partner im Bereich der Produktentwicklung. Wir haben eng mit Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen aus Nordamerika und Europa zusammengearbeitet. Dies hat uns ermöglicht, umfangreiche Erfahrungen im Bereich des Produktdesigns für verschiedenste Industriezweige zu sammeln. Unsere reichhaltige Erfahrung in der Arbeit mit Automobilkomponenten, gepaart mit den Erfahrungen aus der Arbeit mit Landtechnik und Maschinen, machen uns zu einem bevorzugten Technologie- und Ingenieurdienstleister. Mit einer Niederlassung in Hannover, Deutschland, sind wir gut gerüstet, um den Anforderungen europäischer und deutscher Kunden gerecht zu werden. DesignTech Systems GmbH